Musik 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 mit Vers 16 und 17. Wenn wir in der Welt leben, dann leben wir in Gott. Wenn wir in Gott leben, dann lebt Gott in Angst. Das sind wir dann ganz verbunden. Wenn wir in der Welt leben, diese Welt wirkt sich gut. Wir haben in der Welt, wir sind verbunden mit Gott. Das bewies sich daran, dass es richtig an uns keine Sache mehr mehr geht. Gott ist in der Welt ganz vollkommen geworden in uns leben. Das bewies sich daran, dass ich nicht mehr Angst habe für das Rechtstag. Worum habe ich nicht mehr Angst? Was sagt das hier? Wegen so ist er, so ist Jesus, so lebe ich in dieser Welt. Wegen ich sein, dass diese Leib, das verspreidt sich. Das wirkt an mir, das wirkt sich gut, das schafft. Und wenn ich mich wirklich sagen kann, dass Gott das wirklich an mich schafft, und ich antworte, dass Gott es an mich bin, er schafft an mich, und ich kann das sagen, mit den Dingen, die passieren in meinem Leben, dann habe ich nicht mehr Angst, wegen dem ich weiß, dass Gott es mit mir ist, und der Trieb, der jetzt war ich, und ich habe nicht Angst für das Recht, wegen dem Gott leuchtet mich, und ich will ein Jahr und Tag mit Jesus Christus tot sein. So, ich fahle mich unter Freien, und ich stehe direkt Angst her. Nun, wenn wir auf Vers 18 lesen, das sagt, Wir brauchen uns nicht verrichten für einen, der uns wirklich gut ist. So, es heute uns rein gut ist, merkt alle Angst, und uns aneutig. Wer sich noch verrichten darf, indem es der Leib noch nicht tüssig geworden, wird es verrichten, der sich verstruft. Wollen wir ganz gebungen sein, oder verbungen mit Gott sein? Dann, so ist er kurz gesagt, die Angst fängt an Weich zu gehen. So ist Johannes hier gesagt, wenn wir noch Angst haben, dann ist der Leib von Gott noch nicht ganz tüssig geworden. Das heißt nicht, dass wir nicht gerät sind, aber das heißt, wir haben uns noch nicht ganz tüssig gemerkt, so zu sagen, dass Gott seine Leib, wegen wir haben noch ein bisschen Angst, aber Gott will haben, dass all die Angst so verschwingen soll. Menschen haben Angst für Strufe, so ist Johannes hier gesagt, aber wir wollen nicht gestruft worden. Und wenn wir dort erst anwarnen, dann fangen wir uns an zu fragen, denn wir haben dann nicht Angst. Und Gott will haben, dass so eine Leib auch steht, so eine vollkommene Leib, dort soll einer uns fortreieren. Eine Leib, wo alle Angst weich nehmen wird. Wenn wir Gott seine Kinder wirklich sind, dann will Gott haben, dass wir uns keine Sache sind. und anwarnen. Nun, ich kann es eher nur sagen, wie es wahr ist. Johannes hat erst das ganze Brief, dass wir uns selbst prüfen, uns ganz überlegen, zu sagen, wo wir gerade stehen. Wegen Heibel haben, dass wir sagen, dass der Punkt kommt, wo wir dort sein, dort Gott in uns leben werden. Dass wir sein, Gott schuft an mir werden, wegen, wann wir erst bei deinem Punkt kommen. Wann wir können sein, dass Gott lebt an mir werden, und wir können sein, dass Gott schuft durch mich, und durch passieren Dinge an mein Leben, und ich weiß, dass Gott von Gott, weiß, was dann passiert. Dann wird uns, dass wir nicht mehr trübeln. Dann wird uns, dass wir nicht mehr Angst für das Gericht haben. Dann wird uns, dass wir nicht mehr Anträgen mit uns hältst. Dann wird uns, dass wir uns sicher, und wir weiß, dass Gott mit uns ist. Und dort wird die Umstände sein. Und dort wird Johannes ein Wohan-Wiesang kriegen. Und dort wird er Wohan-Wiesang, als ob die Wahrheit büren, wo es wirklich ist. Wegen dann wird keiner, dass er sich hat, von uns kann wahrnehmen. Und so, dass wir dann zwei Fragen haben, für die. Eind ist, hast du Angst für das Gerichtstag? Und Frage Nummer 2, geste ich ein Entree über deine Heilsgewissheit. Gott will sagen, dass wir an das Punkt kommen, wo es in der Leib, was so trüßig, so vollkommen in uns leben, dass diese Dinge nicht mehr eine Frage sind für uns, und dass wir keine Sache mehr machen können, über diese Sache. So mag Gott Ihnen segnen, wie sein und smarts Mars.